Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin. Heute hat es einen Misstrauensantrag der SPÖ gegen die Bundesregierung gegeben. Dieser ist in der Minderheit geblieben, aber die FPÖ hat diesen unterstützt. Wieso denn Alice Weidel in Wien war die AfD-Chefin aus Deutschland und was es mit dieser Kooperation mit der FPÖ auf sich hat, aber auch wie es denn mit dieser Verfassungsgerichtshof-Beschwerde gegen den ORF weitergehen könnte und ob der ORF am Ende doch ohne ORF-Haushaltsabgabe dastehen könnte, das möchte ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger fragen und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich fange gleich mit diesem Misstrauensantrag an. Vorher war auch die Kollegin von Ihnen von der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, mein Gast und ich habe sie auch gefragt, okay, es war jetzt ein Misstrauensantrag von der SPÖ gegen die Regierung. Die FPÖ hat dem zugestimmt, aber er ist in der Minderheit geblieben. War das nicht viel Lärm um nichts? Ja, es war absehbar, aber wenn man sich vielleicht einmal nur grundsätzlich überlegen möchte, warum die SPÖ diesen Schritt jetzt gemacht hat, hat das wohl mit den Umfragen zu tun, mit denen der Herr Babler im wahrsten Sinne des Wortes ja schon zu kämpfen hat. Er kommt ja nicht vom Fleck und deswegen versucht hat... Die SPÖ unterstützt das dann um den Babler zu helfen. Lass uns mal ausführen, wie es dazu kam. Aber jedenfalls, das muss man mal grundsätzlich sagen. Im Umkehrschluss ist es so, dass wir Freiheitliche schon eine ganze Reihe von Misstrauensanträgen gegen diese Bundesregierung gestellt haben. Viele davon übrigens nicht unterstützt von der SPÖ, das möchte ich in dem Zusammenhang auch erwähnen, weil wir der vollen Überzeugung sind, dass die ÖVP und die Grünen die Bürger in diesem Land im Stich lassen und vor allem mit der Teuerungsproblematik massiv alleine lassen. Dazu kommt noch die Migrationsproblematik und vieles mehr. Wir haben es aber trotzdem unterstützt, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Regierung weggehört. Wir haben aber eines gemacht und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, auch auf das Doppelspiel der SPÖ in diesem Zusammenhang hinzuweisen. Denn auf der einen Seite stellt man sich seitens der SPÖ raus und vergisst Krokodilstränen im Zusammenhang mit Teuerung und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist man Bürgermeister in Wien, wo es ganz, ganz massive Teuerungen gegeben hat. Ich glaube, fast 95 Prozent zum Beispiel bei der Fernwärme hätte man im Griff gehabt. Die Mieten, die natürlich von der Stadt Wien gesteuert werden, weil sie... In den Gemeindebauten. In den Gemeindebauten, weil sie einfach Eigentümervertreter sind, auch die sind massiv angestiegen. Auch da hätte man was machen können, wenn man wollen hätte. Und auch andere Gebühren wie Wasser oder auch Kanalgebühren. Also alles das sind Dinge, die man in Wien ganz, ganz massiv angehoben hat. Und das muss man halt auch sehen. Das heißt also, im Prinzip ist die SPÖ in vielen Belangen, auch in der Corona-Frage, in vielen anderen Themen, auch bei der Zuwanderung, Beitragstäter zu dem, was die Bundesregierung macht. Und möchte jetzt aber auf der anderen Seite, um ein paar Schlagzeilen zu machen, genau diese Bundesregierung weghaben. Ist das etwas, was man den Roten nicht unbedingt abnehmen kann? Aber wie gesagt, uns glaubt man, dass wir gegen diese Regierung sind und genau deswegen unser Abstimmungsverhältnis. Dass wir gegen die Regierung sind, das glaubt man ihnen. Aber grundsätzlich, es hat ja nicht der Wiener Bürgermeister diesen Misstrauensantrag eingebracht, sondern die Bundes-SPÖ und Andreas Babler hat ja schon gesagt, wäre er in Wien in charge, hätte es anders gemacht. Glauben Sie ihm das nicht? Nein, glaube ich ihm nicht, weil wir haben uns natürlich die Mühe gemacht und auch in seiner eigenen Gemeinde in Dreiskirchen nachgeschaut. Und auch dort hat er die Gebühren erhöht. Also möglicherweise war er zu viel mit dem Polieren seiner Marx-Statuen und Büsten beschäftigt. Keine Ahnung. Anstatt sich die eigene Gebührenlandschaft anzuschauen. Und wie gesagt, einem Herrn Badler, der sich selbst als eigenen Pressesprecher anstellt, hat für sich als Bürgermeister ja, glaube ich, verschiedenst... Naja, aber nur was länger her ist, macht er es ja nicht moralischer, ne? Nein, aber er hat sich dafür entschuldigt. Also das ist jetzt... Ich hoffe, Sie messen hier mit der gleichen Messlatte, wenn es einmal um einen Freiheitlichen geht. Wenn er sich entschuldigt hat. Wenn sich jemand glaubwürdig entschuldigt, dann ja. Gut, das ist notiert. Nur wenn sich keiner nicht meinetwegen entschuldigt. Das ist notiert. Ich bin gespannt, ob Sie es so halten werden. Wie gesagt, es geht um die Glaubwürdigkeit. Aber grundsätzlich, das bringt mich jetzt gleich zum Punkt, weil es hat ja... Also zum nächsten Punkt, es hat einen gemeinsamen Auftritt in Wien gegeben von Alice Weidel, der AfD-Chefin, mit Herbert Kickl, dem FPÖ-Chef. Und das hat auch in deutschen Medien für ziemlich viel Resonanz gesorgt. Sie wissen, die AfD gilt in Deutschland von extrem rechts bis rechtsextrem. Da gibt es auch unterschiedliche Flügel dort. Bei manchen ist es relativ klar, warum dieser gemeinsame Auftritt. Das war eine ganz klare Konsequenz aus dem Besuch, den Herbert Kickl vor zwei Jahren in Berlin gemacht hat. Das war sozusagen die Retoureinladung nach Wien. Und es ist ja tatsächlich so, dass uns als Parteien sehr viel verbindet. Und ja, auch der Kampf des sogenannten politischen Establishments und der Systemmedien gegen uns, das ist ganz klar erkennbar. Ich habe mir also die Mühe gemacht, gestern mir nach den ORF anzuschauen. Und ich habe gesagt, das wird jeden Tag anstrengender, das zu tun. Aber wenn man sich nur anschaut, mit welcher Voreingenommenheit hier berichtet wird, dann ist es schade im Berau. Der ORF macht zuerst einmal eine Zeit im Bild 1 und lässt dort einen Experten zu Wort kommen, oder einen Journalisten zu Wort kommen, der davon spricht, dass die Bücher blöd sind, sinngemäß, weil sie nicht zwischen rechtsextremen und staatszersetzenden Tendenzen unterscheiden können. Also das schon einmal alleine eine Beschimpfung des eigenen Publikums und das Ganze mit Zwangsgebühren ist schon ein starkes Stück. So, das war aber nur die Zip 1. Dann geht es weiter in die Zip 2. Da sitzt dann der Armin Wolf und der interviewt dann eine Spiegelreporterin, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, als gegen die AfD zur Felde zu ziehen und überall herumturt und da ihre grünen Konstruktionen erzählt. Sie sind ja AfD-Expertin, sagen wir das mal so. Ja, was muss man da gelernt haben dafür? Aus welchem linken Keller muss man da ausgebrochen sein, um das so zu machen? Um Expertise als Journalist zu haben, musst du etwas lange Zeit auch beobachtet, begleitet haben, mit vielen Leuten geredet haben, aber egal. Dann würden Sie mich dann als Linksextremismus-Experten einstufen? Nein, weil ich nicht glaube, dass Sie mit sehr vielen Linken reden. Nein, ich sitze tagtäglich mit denen im Parlament. Also Sie sehen schon diese Experten. Das sind Linksextremisten? Ja, selbstverständlich. Also wenn ich mir anschaue, wer da alles beim letzten Mal mit den Grünen ins Parlament gespült worden ist, die Frau Maurer, die früher Flugblätter runtergeworfen hat von der Galerie. Also bitte, könnte man diskutieren darüber. Ich möchte aber nur sichtbar machen, was läuft. Das ist eine Journalistin, die sich ganz offensichtlich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die AfD ins Rechtsextreme und ins verbotene Eck zu stellen. Die wird dann vollkommen unreflektiert dort zu Wort gebeten. Und dann, und wissen Sie, da wird es dann wirklich aus meiner Sicht echt interessant, dann ist also diese Show mit dem armen Wolf vorbei. Und da gibt es auch noch eine ZIP-Nacht oder ZIP-24 oder wie eben das Format jetzt gerade heißt. Und da kommt dann noch der Herr Friedmann zu Wort. Und das ist jetzt per se nicht schlimm, aber nur, da weiß man auch, dass der einen biblischen Zorn auf alles hegt, was rechtskonservativ ist. Das hat man auch gesehen bei der Eröffnung des Parlaments. Da hat er eine vollkommen jenseitige Eröffnungsrede gehalten. Er kommt aber selber aus der CDU, das ist kein Problem. Ich wollte es gerade sagen, aber er ist selbst auch Mitglied einer anderen Partei. Und dass der jetzt keinenfalls ein objektiver Beobachter der ganzen Sache sein kann, weil es einmal eine Partei geht, die mit seiner Partei konkurriert, ist wohl auch klar. Und das ist das Schlimme am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die den Anschein erwecken, dass es sich hier um zwei integere Experten handelt, wie sie es sagen, die es aber beide nicht sind. Und das ist das Problem, was man hier sieht. Aber weil Sie noch einmal gefragt haben, wie kam es zu dem Besuch und was verbindet uns? Uns verbindet, glaube ich, der Umstand, und das sieht man in den Umfragen, dass uns zugetraut wird, auch die richtigen Lösungen für die Probleme, die es momentan gibt, zu haben. Und dass wir auch den Schulterschluss zur Gesellschaft und zur Bevölkerung pflegen. Und genau das ist der Grund, warum es hier natürlich auch viele gemeinsame Nenner gibt. Ich muss noch ganz kurz zum Herrn Friedmann noch sagen, weil Sie wissen schon, der hat natürlich schon auch eine familiäre Holocaust-Geschichte. Das waren Opfer der Nazis. Das heißt, er ist CDU-Mitglied, er ist kein Linker, aber natürlich hat er eine persönliche Betroffenheit. Aber ich sage Ihnen jetzt eines, Frau Daniel. Wirklich. Nein, aber deswegen sieht er die AfD. Ich sage Ihnen das jetzt in aller Ernsthaftigkeit. Genau dieser Spin, den Sie jetzt gerade versuchen zu erzeugen, das ist das, was ich in den Medien... Aber das ist eine historische Tatmache. Nein, Sie machen genau das, was der ORF auch macht. Sie bringen einen Bericht über die AfD, wir reden nicht über die AfD, und Sie nehmen sofort das Thema Holocaust mit hinein. Und das ist eine journalistische Unredlichkeit, die ich so nicht auf uns sitzen lasse, weder auf der FPÖ noch auf der AfD. Dieser Spin, Frau Daniel, dieser Spin ist unredlich, tatsächlich. Nein, Sie können nicht sagen, wieso redet der Herr Friedmann darüber. Ich will nur sagen, warum der die AfD so sieht, wie er sie sieht, und warum er sehr wohl ein Gast ist. Das ist übrigens was anderes, als eine Journalistin, die recherchiert. Der ist halt auch ein persönlich Betroffener. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, ich habe mir die FAZ gestern durchgelesen, die gilt als konservative Zeitung, bürgerlich-konservative. Die nennt die AfD auch extrem rechts bis rechts. Ja, aber schauen Sie sich doch bitte auch das Medienlager in der Bundesrepublik Deutschland an. Schauen Sie sich generell diese Hippie-Gruppe an, die das Land gerade regiert. Also, dass dort nichts Besseres rauskommt, ist für mich schon vollkommen klar. Ja, aber wissen Sie, noch einmal, dieser Spin mit Holocaust, der immer so subkodan mitgebracht wird, das verurteile ich wirklich sehr stark, weil Sie damit ja nicht nur der politischen Partei per se unterstehen, dann in irgendeiner Art und Weise mit dieser schlimmen Zeit in unserer Geschichte zu sympathisieren, sondern natürlich auch den Wählern. Und das ist etwas, das lasse ich so nicht durchgehen. Und wissen Sie, der Herr Friedmann, gerade der Herr Friedmann, und seine Herkunft ist natürlich zu respektieren und seine familiäre Geschichte genauso wie meine. Meine Familie wurde zweimal vertrieben nach dem Zweiten Weltkrieg. Also auch das ist ein Schicksal, das ich niemand anderem wünsche. Aber so war das zu respektieren. Jetzt muss man natürlich auch schauen, wie dem Herrn Friedmann seine Vergangenheit ausschaut. Und er hat auch nicht nur richtige Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Und sich jetzt sozusagen ins Fernsehen setzen zu können und dort unwidersprochen, da die moralische Oberinstanz zu spielen, das halte ich einfach für falsch. Gut, ich glaube, bei gewissen anderen Dingen würde man ihn nicht als moralische Instanz nehmen. Man kennt seine Geschichte, aber das ist wieder etwas anderes. Aber das heißt, sie verteidigen jetzt auch mit Inbrunst die AfD. Weil es gibt zum Beispiel schon auch Parteien, die mit ihnen auch im EU-Parlament fraktioniert sind. Zum Beispiel Marine Le Pen geht zur AfD eher auf Distanz, weil es da natürlich auch Flügel in der Partei gibt rund um den Herrn Höcke, denen man schon, ich drücke es sehr freundlich aus, ein sehr eigenes historisches Verständnis nachsagen könnte. Schauen Sie, Frau Daniel, wenn jetzt über verschiedene Flügel in der Partei reden und über Leute, die mit Parteien zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, dann schauen wir in die Europäische Volkspartei, da ist nicht einmal die ÖVP in sich einig. Also wollen wir jetzt über internationale Flügel in verschiedenen Ländern mit verschiedenen historischen Vorgeschichten sprechen, wenn man weiß grundsätzlich, dass das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland lange sehr ein angespanntes war, an der es die Europäische Union das dann verbessert hat. Es wäre genauso jetzt irgendwie, es gäbe ja wahrscheinlich gerade bei konservativen Parteien wahrscheinlich auch eine Diskussion über Südtirol, Italien und Österreich. Also auch das sind Themen, die es in Europa einfach aufgrund der historischen Geschichte gibt. Aber grundsätzlich verteidige ich natürlich das, was hier versucht wird, also ich verteidige die Partei dagegen, was versucht wird zu machen, einen journalistischen Spin zu erzeugen und hier Erzählungen auf die Welt zu bringen, die so einfach nicht stimmen und dann stützt man sich ja erstens mal auf die hausgemachten Rechtsextremismusexperten, die von sich selbst sagen, das sind wir jetzt. Da haben wir dann die Natascha Strobl oder weiß nicht, wie es da sonst noch alle gibt, die aus der voll linken Blase rauskommt und eigentlich fast ein ganzes Leben lang am Tropf der SPÖ gehangen ist, das sind dann die Experten, die andere beurteilen können. Dann stützt man sich aufs Dokumentationsarchiv, alles hausgemacht, wird von einem Kommunisten gegründet, wird von Linksextremisten bevölkert. Aber da ist es ja auch so, wie es ist. Und in Deutschland kommt jetzt noch eines dazu, ähnlich wie in Österreich im Übrigen auch, da gibt es dann auch noch einen politisierten Verfassungsschutz. Das wird dort politisch besetzt, genauso wie in Österreich. Das DSN ist mit einem ÖVP-Politiker an der Spitze ausgestattet worden, das darf man in dem Zusammenhang nicht vergessen. Und einen Geheimdienst dazu zu instrumentalisieren, die Oppositionsparteien, die auch in den Umfragen gut dastehen, zu dämonisieren, das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem. Und da fehlen mir alle diese lupenreinen Demokraten, vom Herrn Friedmann bis zur Frau Strobl und wie sie alle heißen, die sehen, dass hier ja offensichtlich ein Fehler im System vorherrscht. Der Fehler im System würde sofort bemerkt werden, wenn es nicht um rechtskonservative Parteien geht. Aber jetzt in dem Fall ist es alles egal und wird toleriert, weil da heiligt ja der Zweck bekanntlich die Mittel. Grundsätzlich sind mehrere AfD-Mitglieder ausgetreten. Man braucht auch nur, die war auch einmal zu Gast in Österreich, die Frauke Petry, die einmal an der Spitze der AfD stand. Da gab es mehrere andere, die selber sehr hart ins Gericht gegangen sind und genau solche Extremismusvorwürfe gegen ihre quasi Nachfolger in der AfD erhoben haben. Dass Leute, die im Streit eine Partei verlassen, der Partei nicht Rosen streuen, das ist, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Und ganz ehrlich, wenn wir davon sprechen wollen, was Parteigänger ihrer Partei vorwerfen, dann sind wir gleich wieder bei der SPÖ. Denn mich erreichen gar nicht so wenige Kontakte, wo man sagt, wir treten jetzt auch aus der SPÖ aus. Weil wir haben als SPÖ zum Beispiel früher eine ganz klare Abgrenzung zum Kommunismus gehabt, die der Herr Pabla jetzt gerade niederreißt. Führt auch dazu, dass der eine oder andere Genosse sein Parteibuch zurücklegt. Das möchte ich nur so gesagt haben. Es gibt in jeder Partei, und das ist, glaube ich, auch gut so, weil sonst haben wir ja die SED, wenn jeder dabei sein muss. Also, dass in jeder Partei verschiedene Meinungen zugelassen sind und dass man im Zweifelsfall seine Parteimitgliedschaft zurücklegen kann, das ist ein gutes demokratisches Recht. Sollten wir aber nicht überbewerten. Gut. Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie haben es eh schon angeschnitten, gleich am Anfang bei der Stellungnahme zur AfD, nämlich den ORF. Jetzt möchte ich nicht die Berichterstattung bewerten, aber es gibt hier eine Verfassungsbeschwerde, also eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof vom Land Burgenland, wonach der Publikumsrat zu regierungsnah besetzt sei oder von der Regierung gesteuert. Der Tag der Verfassungsgerichtshof am Freitag zum ersten Mal, es wird nicht gleich eine Entscheidung geben, aber wenn die Entscheidung dann getroffen werden könnte, könnte nicht nur der Publikumsrat neu besetzt werden müssen, sondern sogar der Stiftungsrat, und das würde dann auch ein neues ORF-Gesetz bedürfen. Erste Frage in dem Zusammenhang, ist es nicht eh allgemein bekannt, dass die Politik diese Gremien besetzt? Also ich glaube, das muss der berühmte Blinde mit dem Krückstock schon gesehen haben, auch wenn es sich hier um Freundschaftsgruppen handelt und sonstiges, ist es so, dass die Politik und vor allem die Bundesregierung hier besetzt, weil sonst könnten nicht die Grünen mit so einer Dominanz da drinnen sitzen, also die Stärke der Partei alleine wird es wohl nicht sein. Und die ÖVP hat die absolute Mehrheit da drinnen und kann im Wesentlichen vorwerken, wie sie möchte. Also im Grunde sieht man schon, dass an diesem System einiges schiefläuft, und wir freiheitlich haben das auch immer aufgezeigt. Der zweite Punkt, den Sie sagen vollkommen richtig, mit dem aktuell der in Umsetzung befindlichen ORF-Gesetz soll also auch die Haushaltsabgabe institutionalisiert werden. Etwas, wogegen wir ganz, ganz massiv Sturm laufen, wo wir der Überzeugung sind, dass es ungerecht ist in Zeiten wie diesen, und auch generell diese Zusatzsteuer, weil nichts anderes ist es, auf die Bürger loszulassen und damit noch einmal ein Programm zu finanzieren, einen Journalisten zu finanzieren, die nichts anderes zu tun, um den Versuch zu unternehmen, Oppositionsparteien vor sich herzutreiben. Also auch das muss man diskutieren. Und deswegen ist es spannend, was der Verfassungsgericht zur FETZ entscheidet. Denn man muss sich einmal vorstellen, wie das alles ausgehen kann. Also entweder es bleibt alles so, wie es ist, oder es wird nur der Publikumsrat reformiert, oder, wie Sie auch gesagt haben, oder es kommt zu einem Totalaufhebungs-ORF-Gesetz, was dann massive Folgen nach sich zieht. Also von der Auflösung der Geschäftsführung bis hin zum Stiftungsrat und so weiter. Also das wird für wahr interessant. Und dann muss man natürlich auch über die Haushaltsabgabe sprechen. Ich bin gespannt, wie der ORF dann diese Lücke schließen möchte, weil ganz offensichtlich ist er nicht hundertprozentig liquide und schon gar nicht ohne Haushaltsabgabe. Also Fragen über Fragen, die sich hier stellen, aber es bestätigt nur eines. Dieses von den Großparteien gebaute System ist einfach am Ende angelangt, mit dem Stiftungsrat in dieser Art und Weise, mit dem Einfluss von den Regierungsparteien in dieser Art und Weise. Das heißt also, auch hier bestätigt sich das, was ich seit Monaten und Jahren sage, der ORF muss einfach das Unternehmen komplett neu aufgestellt werden, um ihn auch konkurrenzfähig zu halten und um ihn leistbar zu machen und ihm vor allem mitzugeben, welche Aufgaben er als öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich hat. Aber wehren Sie für die komplette Endparteipolitisierung des Stiftungsrates zu haben? Ja, wir haben das immer gesagt, dass es hier zu dieser Endpolitisierung kommen muss. Aber wissen Sie, das Spannende ist, wie diese Endpolitisierung dann am Ende des Tages auch in den Redaktionen vornehmen kann. Weil da haben wir ganz offensichtlich eine schwere linke Schlagseite im Redakteursrat und überall. Also wie man da zu einer wirklich fairen und ausgewogenen Berichterstattung kommt, die nicht wertend ist. Das sehen Sie heute bei jederzeit im Bildsendung mittlerweile. Wertende Urteile. Und wenn es keine frisch erfundenen Rechtsextremismus-Experten gibt, dann fragen sich die Redakteure dort gegenseitig noch vorlaufender Kamera. Aber das muss man schon alle sehen. Und das ist auch der Grund, warum der Bürger dem ORF nicht auf den Leim geht. Und warum 60 Prozent der Bürger dem ORF nicht mehr vertrauen. Der Fairness halber sage ich jetzt dazu, wenn man mit roten und schwarzen Politikern redet, haben die auch genau die gleichen Beschwerden über den ORF und die meisten Medien. Also an sich, es fühlen sich immer alle verfolgt. Also ich beobachte nur, wie sich momentan die Hetzeakt im Öffentlich-Rechtlichen gegen die FPÖ aufbaut. Das werden Sie mitbeobachten können. Das wird bis hin zum Wahltag noch ganz, ganz massiv werden. Da wird es wieder irgendwelche Fernsehformate geben und so weiter und so fort. Da bin ich schon überzeugt, wie kreativ man da wieder sein wird. Aber wie gesagt, es ist eines gelungen. Und da hat sich der ORF in Wahrheit mit seiner VfGH-Beschwerde ja selbst ins Knie geschossen. Also zuerst die Haushaltsabgabe zu erzwingen, dann Politprogramm zu machen und zu glauben, dass man noch irgendwie Vertrauen und Rückhalt in der Bevölkerung hat, geht sich im Ganzen nicht aus. Und das zeigen ja auch die jüngsten Umfragen, was die Vertrauenswürdigkeit im Zusammenhang mit dem ORF betrifft. Gut, wir werden sicher in Zukunft noch darüber reden und wir werden alle natürlich auch die Verfassungsgerichtshofentscheidung beobachten. Vielen Dank, Christian Hafeniger, für das Interview. Danke für die Einladung. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit dem Mittwochs-Duell bei Niki Fellner weiter. Da streiten dann oder diskutieren Peter Westenthaler und Josef Tschab über all diese Themen, die auch wir gerade angesprochen haben. Bleiben Sie dran. Und da?